Wenn ihr in der Mathematik irgendetwas konstruieren müsst, bedeutet das, dass ihr eigentlich gar nichts rechnen dürft. Das ist manchmal gar nicht so leicht, denn wenn ihr zum Beispiel die Mitte einer Seite finden müsst, die 4 cm lang ist, dann wisst ihr ja sofort, dass diese Mitte bei 2 cm liegt. Trotzdem kann es sein, dass ihr wertvolle Punkte verschenkt, wenn ihr diese Mitte nicht konstruiert. Wenn ihr die Mitte einer Strecke konstruieren wollt, braucht ihr nur einen Zirkel, ein Lineal oder Geodreieck und natürlich einen Bleistift und Papier. Zeichnet einfach irgendeine Strecke, ganz egal wie lang sie auch sein mag. Das müsst ihr nicht mal ausmessen, aber damit ihr das alles auch überprüfen könnt, nehmt ihr am besten eine Strecke, deren Mitte ihr gut ausrechnen könnt. Nun schnappt ihr euch den Zirkel und piekst das spitze Ende in einen der beiden Endpunkte der Strecke. Schätzt, wo in etwa die Mitte der Strecke ist und stellt euren Zirkel ein bisschen größer ein. Schlagt einen Kreisbogen über die Strecke. Jetzt ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr den Zirkel nicht verändert. Dasselbe müsst ihr nämlich auf der anderen Seite auch noch machen und der eingestellte Radius muss derselbe sein, sonst klappt das nicht. Wiederholt das alles also am anderen Ende der Strecke nochmal. Ihr solltet nun oberhalb und unterhalb zwei Schnittpunkte der Kreisbögen haben. Wenn nicht, müsst ihr eure Bögen verlängern oder aber ihr habt die Mitte nicht gut geschätzt und den Radius zu klein gewählt. Kein Problem, probiert es einfach nochmal. Zirkelbögen kann man ja zum Glück wegradieren. Wenn ihr die beiden Schnittpunkte nun miteinander verbindet, schneiden sie die Strecke, deren Mittelpunkt ihr sucht. Und zwar genau in diesem Mittelpunkt. Der Schnittpunkt der beiden Strecken stellt also den gesuchten Mittelpunkt dar. Ist gar nicht schwer. Und weil es so schön ist, kommt es noch besser. Die konstruierte Gerade, also die Linie, die durch die beiden Schnittpunkte der Kreisbögen geht, gibt nicht nur an, wo die Mitte der ersten Strecke ist, sondern ist gleichzeitig auch die Mittelsenkrechte dieser Strecke. Das bedeutet, dass ihr mit dieser Konstruktion innerhalb eines Dreiecks nicht nur die Mitte jeder einzelnen Seite finden und damit über die Seitenhalbierende den Schwerpunkt des Dreiecks finden könnt. Nein, ihr könnt mit dieser Technik auch den Umkreis eines Dreiecks konstruieren, für den ihr den Schnittpunkt aller drei Mittelsenkrechten benötigt. Falls ihr jetzt keinen Plan habt, wovon ich rede, solltet ihr euch mal dieses Video ansehen. Lohnt sich. Da gibt es nämlich tolle Grafiken, die ihr ganz leicht selbst machen könnt und gleichzeitig noch was lernt. Das Beste kommt aber natürlich zum Schluss. Das ist zwar alles eigentlich gar nicht schwer zu merken, aber wem das doch schwerfällt, der kann das ja ganz leicht üben. Einfach eine Strecke zeichnen und mit Zirkel und Lineal die Mitte konstruieren. Ob ihr tatsächlich die Mitte gefunden habt, könnt ihr ja voll leicht nachrechnen. Oder, einfach ganz anders formuliert, bei diesem Thema könnt ihr euch nicht rausreden und sagen, dass ihr das nicht kapiert. Ihr könnt euch nämlich ständig selbst neue Aufgaben stellen und sie auch selbst überprüfen.